Wir sind Boxen bei Sport 1. Leon Bunn, es gilt 934 den Highscore von Arthur Abraham zu schlagen. Ich bin absolut ready, ja. Okay, dann gehe ich in Deckung und du legst los. Und jetzt Stille. 890 Punkte. Leon Bunn hochkonzentriert. Ich glaube, wir brauchen mal den Coach. Georg, was läuft denn da schief? Ist es die Moderatorin, die die ganze Zeit labert? Ich bin unsicher, ja. Das ist meine Schuld. Spaß beiseite, aber er müsste ein bisschen lockerer, vor allem von der Seite her, mehr an Seitwärtshaken bringen. Ich werde das ein bisschen trainieren und beim nächsten Mal schlage ich den Highscore von Abraham. Perfekt, das ist ein guter Deal. So machen wir es auf jeden Fall. Treib vorbrechen. Lass uns ja noch drauf. Wicord?